Weiter geht's, weiter geht's. Was haben wir als nächstes? Ah, hier, Kollegah. Das war der mit Casper. Kollegah kennt jeder, haut gerne Fans, wie auch immer. Und da gab's Karade. Das war mit Casper zusammen. Also, ich glaube, das King-Album gab's dann halt auch irgendwann im Angebot. Ich mach mal den Staub weg. Aber ich hab halt immer nur ein paar Tracks gehört, gehabt. Und, ja, also, ich muss sagen, ein sehr, sehr gutes Rap-Album. Wer gerne Rap hört, wer gerne Kollegah hört, also, wer gerne Kollegah hört, weiß wahrscheinlich, dass das Album gut ist, aber ansonsten kann ich das auch nur nochmal empfehlen. Also, ich mein, ist halt auch ab 16, so sollte es sein. Ganz viele coole Rhyme. Und beim jeden Mal hören hört man irgendwas, was man davor noch nicht gehört hatte. Dann kommt's mir das Salsamke hin. Und dann kommt's mir ein Schuss. und dann muss ich dann in diesen Schuss. Vielen Dank.